Hm? 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 Etikett ist alles nur... Ich hab was, dass magst du eh nicht. Ja, gib Kuchen. So. Hm. Wir geben jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeug aus, was wir gerade gekriegt haben. Hm. Ja, Artefakte haben wir echt ein paar gekriegt, aber tatsächlich so zum Verstärken für Waffen kaum. Hm. Hm. Ich weiß immer noch nicht, wen ich meine ganzen goldenen Waffen eigentlich in die Hand drücken soll. Ich glaube, ich hab immer noch einen Bogen über. Hm. 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 Schmeiß mir direkt mal alles rein. Hallo, Meets. Ich schenke dir einen Karton hier. Meets ärgern. Na? Meets ärgern. Nö. Wie nö? Nö. Doch, Meets ärgern. Ähm... Racer, wo bist du? Hier. So. So. Ich dachte nie, ich würde mich auf Sumeru kommen. Haha. Dinge gehen super. Äh... Story, ja? Ne, Quatsch. Nicht Story. Wir prügeln erstmal noch jemanden. Wollen wir trotzdem mal Raiden verprügeln? Mäh. Mäh. Ja. Ich verbrücke sie. Das macht immer Sinn. Mal. Dad... Sphär. How... 파. Hm? Nej? Hm? Mängst. Hm. Hm. Ahem. Das klingt irgendwie so falsch, was sie sagt. Ah, hier ist ne Motte. Sonst wo noch ne Motte? Ah, wieder hier drüben. Dann nehmen wir sie. Zack. Ich find das so geil eigentlich, wenn das Eis bei ihr zerbricht. Und sie dann zum Feuer wird. Das war damals auch das geilste Schwert. Ich glaub das hab ich schon mal gesagt auf Champion of Norrad. Die Frostflamme. Uh, nicht auspeitschen. Ich steh da nicht so drauf. Was? Nicht? Nein. Nicht so meins. Wo ist hin? Na da sind. Da kommt sie ja freiwillig zu mir. Mietze sind immer noch meine Lebkuchen. Würdest du die bitte, ähm, ignorieren? Es können auch deine bleiben. Ja, 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 ich weiß. Aber sagt das meiner Katze nicht mir? Ach, nö, jetzt wird's, wird's ja... Ach so, doch nicht. Bist doch nicht zum Feuer wird. Bleib doch da, du, 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 du... Du hast selber gesagt, ich soll dich die Hexe nennen. Du Hexe. Jetzt wird's ja zum Feuer wird. Au. 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 Kannst du bitte? Danke. Komm, ich brauch den Ticken. Danke. Ach bleib doch mal da, Mädel. Jetzt sollst du ausbrechen. Ich habe sie nie gefragt, dass ich sie verabschiedet habe. Niemals. du musst dich nicht immer angesprochen fühlen doch muss ich noch 3000 ep dann bin ich 50 warte ich guck mal bei mir 47.000 habe ich und 312.825 brauche ich für level 59 ich glaube allein mit dailies sind es 300 tage könnten aber auch mehr sein weil ich die dailies ja nicht immer mache zwangsläufig ich glaube es sind dann sogar mehr ja wobei du momentan gibt es ja quests da kriegst du auch immer relativ viel tatsächlich ich würde sagen machen wir ein paar bisschen story oder mit so was sagst du muss mich nicht so traurig angucken du kriegst trotzdem keine lebkuchen da kannst du auch herkommen zum schmusen du kriegst keine lebkuchen nein wie kannst du nur ja gar warum muss warum bin ich so gemein ja genau du guckst echt wirklich traurig weißt du hey nilu man Und so, The theater wants to host a celebration event. Do you two want to come? It'll be a really fun time! It's something like a tradition of ours. Whenever we wrap an important performance, we'll get together and unwind. Rehearsals are exhausting. If you keep your nose to the grindstone, you're going to wipe yourself out sooner or later. Mr. Zubair, our manager, always says that celebrations aren't just for fun, but that they should also be occasions for reflection and review. But no one remembers that once the celebration starts. It's not like he can't also have some fun himself. We've been to a lot of festivals during our adventures! Okay. Will your celebration also have lots of yummy food and drinks? Of course. We always do lots of eating, toasting and gifts exchanging. We try really hard to show our appreciation for everyone. Ah! So we'll need to bring a present. What's the time? Oh man, oh! Okay. I just wanted to turn on the side. No way! You treat others how you want to treat yourself, right? Paimon already has a great gift in mind. But maybe you could payman some more of them first? Hehehe. It's fine. No need to stress, Paimon. What? You can come. Present or not. The gift exchange is just to make this celebration more entertaining. You two being there would be the best gift of all. It'll also be a good time to introduce you to the rest of the theater. Is something up? Yeah. But for now, it's more important for her to rest and recover. I tried to visit her, but I got turned away at the door. The people all I could do was to leave a letter encouraging her to get some rest and keep her spirits up. She'll be better soon. Then we can celebrate together at the theater. It's all thanks to you and Nilu that we managed to save Dunyarzad. You're way too modest. Just now, I actually felt really self-conscious when Paimon talked about us in the same breath. Compared to you, I really didn't do much at all. Anyway, all that aside, are you thinking about coming to our event? Paimon thinks it'll be a great time! What do you think, traveler? All right. Then let's head to the theater. Wait, I completely forgot about this pile of stuff! Whoa! Did you buy all of this, Nilu? Just one box. The rest were given to me. I really don't know how it came to this much. That's way too many freebies! Many vendors give out samples for free, but Paimon's never seen this much! Have you tried Nilo actually already? Mm-hmm. I haven't noticed that whenever I start chatting with people, my hands become more and more full, until I can't hold everything anymore. This seems to happen every time. I planned on making a few trips to bring everything back, before continuing on with my shopping. But I don't think I'll have the time. So this isn't even all of it? Are you sure? Of course! Carrying stuff is a piece of cake for him. Right, traveler? Uh... I'm so sorry to trouble you like this. I meant to invite you to our celebration. But now you're helping me instead. Well, let's hurry up and grab the last few things. My hand is on the way. Let's do a test. Nilo. Water. Oh, cool! Ob sie... sie hat ein Einhandschwert? Ich hab... ich hab... ich hab... ich hab eigentlich gedacht, sie werden... äh... Katalysator oder... All eyes on me! Zum Aussehen. Von ihren... ähm... Ja... Lieb! Just like you rehearse! Ich hab... ich hab... ich hab... Ich ver... verkneife mir jeden... äh... Spruch, wo ich sie hinpacken würde. Ich verweigere ich sämtliche Aussagen. Sie kann tanzen. Ich hab sie eher so in die Magier-Richtung äh... äh... geschätzt. Oh, Katalysator! Die liebste! Nene, sowas wie Jan-Fee. Oh... Ja. Jan-Fee tanzt ja auch, wenn sie angreift. Tatsächlich ist sie nicht mal schlecht. Beziehenswert! Ich hab schon lang keinen Five-Star mehr gezogen. Ist tatsächlich wirklich schon lang her, wo ich den letzten Five-Star gezogen hab. So. So, Albedo, dich kennen wir. Wir machen das nur wegen den Primals. Ja. Albedo kennen wir. Er kann eine Blume machen, guck. Da kann man dann draufsteigen. Darf ich jetzt mal hier auf die Blume steigen? Lass mich doch auf der Blume drauf. Fühle diese ancienten Power. Danke. Dann nehm ich lieber Xi Angling ohne Mist. Ich mag Albedo nicht. Komm mit auf ihn! Auch wenn er nicht immer schwach ist. Ich mag ihn nicht. Wobei die Story von Albedo tatsächlich bis jetzt immer ganz cool war. Die ganzen Stories. So, Beidu dich kennen wir. Ohne Fisch bist du aber doof. Ist viel lustiger, wenn du einfach einen riesigen Fisch in der Hand hast. Mal eine andere Frage. Wie haben sie dich da eigentlich aufgestellt? Komplett auf Elektro? Das ist doch ganz selten nur Elektro Damage. Macht doch physischer Schaden viel mehr Sinn. Und du hast null Verteidigungswerte. Deswegen ist dein Schild instant weg. Und du hast null Verteidigungswerte. Deswegen ist dein Schild instant weg. Und du hast null Verteidigungswerte. Oh, ich bin sehr entschuldig. Entschuldigung! Normalerweise hat sie bei ihrer Queue auch ein Schild dort stehen. Aber diesmal nicht. Okay. Habe ich Beidu schon heuer? Ja stimmt, Beidu ist bei meinem zweiten Account im Main. Da war ich auch schon ewig nicht mehr drin im zweiten Account. Ich glaube der kriegt schon wieder den Willkommens-zurück-Bonus. Aber Nilu ist ziehenswert tatsächlich. Muss man ehrlich sagen. Oh! Wenn es nicht Nilu ist. Grüß Gott, Herr Jute. Hast du noch ein Essen, das bereit ist? Natürlich mache ich es. Ich habe gehört. Ich habe gehört, dass Zoo-Bear Theater ist ein Feier-Event. Also habe ich noch ein Essen für Sie in advance. Aber es sieht aus, dass du noch zwei Portionen brauchst. Haha. Oh! Bitte, ich kann mich vorstellen. Das ist der Traveller. Ein sehr kennengelerierter. Und das ist Paimon. Er ist superreliable Guide und Helper. Nein, 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 Paimon ist... Hm? Oh, Moment. Sie hat es komplett richtig gemacht. Schau, Traveller! Sie hat mich direkt vorhanden. Haha. Das ist sehr selten. Haha. Don't underestimate Nilu. Sie hat immer noch ein paar Details über jeden. Sie hat immer noch ein paar Details über jeden. Auch wenn es so völlig trivial ist. Sie ist auch sehr traurig. Sie ist auch sehr traurig. Sie hat noch ein bisschen Zeit. Sie hat meine Precious Spiele aus den Jaws von einer Sumpterbeast. Sie hat immer noch ein paar Dinge über jeden. Sie hat nur noch eine Frage. 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 Nachher sind die Orte immer geändert. Oh, das erinnert mich an. Es scheint, dass diese Freunde von dir nicht aus hier sind. Haben sie noch einen leckeres Tachin probiert? Oh, was eine fantastische Idee! Herr Jute, hast du noch ein Backe? Ka-Kaum bist du schon irgendwo? Soll ich irgendwas antatschen? Herr Jute hat eine spezielle Tachin. Es ist immer nur so wunderbar lecker. Wenn du immer Kinder kratzen, dann wirst du wissen, dass er einen Sturm bäst. Aber ist das wirklich nur für die Kinder? Hast du nicht oft auch sie in? Also Nilo ist auch verfressen. Hup, 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 hup! Hm. Wow, was ein Tach! Es ist süß und sauer und voll mit leckeres Tachin! Paimon kann es nicht genug genug essen! Paimon hat bestimmt alles aufgegessen alleine. Es ist immer so lecker. Ha, 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 ha! Ich hätte es nicht als Tachin gefordert, wenn ich nicht in der Tachin war. Ich habe viel zu essen. Und es ist alles packt und bereit, um dich zurück zu dem Theater zu nehmen. Du hast so viel gemacht. Ist es wirklich okay, um sie alle zu nehmen? Es war nichts. Machen 1 Tachin oder 100 Tachin ist alles das gleiche für mich. Wenn es nicht, sollte ich dich bedanken, um dich zu helfen, um meine Inventorien zu helfen. Keine Worte. Wie wäre ich eine Person, wenn ich dich für ein Tachin gefordert hätte? Ha, 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 ha! Mach dir alles. Mach dir immer wieder zurück! Ja, sag das Paimon nicht! Wenn es um Essen geht, ist Paimon ganz schwierig. Da muss man aufpassen. So, jetzt gehen wir zu dem Händler hier. Hallo, Afsin! Neeloo! Neeloo! Good timing! Ich habe die Textiles, die du gefordert hast. Wenn du länger hast, die Sumpterbeest könnten sie aufpassen. Ha, 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 ha! Du und deine Worte. Sumpterbeest won't eat those kinds of things, Mr. Afshin. Jude sagte, dass einige Sumpterbeest ate his Spices. War sie deine? Oh, äh, ha, 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 ha! Ja, wirklich sorry über das. Neeloo, wenn es nicht für dich war, hätte ich halb meine Profite das Monat verloren. Tja, dass alles aus einem Sumpterbeest schlafen wird, ist wie ein Spiel gegen Tug-O-War. So, sie essen wirklich alles, oder? Hmmmm, Peile frisst auch alles. Das tut mir. Ha, 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 ha! Du weißt, Sumpterbeest hat manchmal gegessen, weil sie hau, aber weil sie gnawingen auf Dinge lieben. Die Textiles, die du gefordert hast, sind sehr kraftvoll und von der feinsten Kante. So, even if a Sumpterbeest got snacky, it'd still have to chomp on it for a full day. You've tested this before? But of course! How else could I be so trustworthy? Well, that one time was an accident. I wouldn't dare experiment with such a precious product. True, it does sound like some good fabric. Ho ho, have I piqued your interest? If you want to buy some, now's a good time. Buy two bolts and get 20% off. Ooh, that's a pretty good discount! What do you think, Traveler? No thanks, Mr. Offsheen. You can't use that kind of tactic on her. Look, you've already sucked her in. Uh, tactic? So you mean everything he just said to Paimon was a lie? Uh, I wouldn't go that far. It's just that Mr. Offsheen is really good at spinning stories. A word from him? And you'll find yourself buying things you don't actually need. Yeah. Die ganzen... Gleich mal ein paar Pots wieder raus. Ich muss sie gerade überlegen. Warum ich... Warum ich... Warum ich... Warum ich... Wieso, was will ich machen? Was machst du? Sachen unterschmeißen. Kennst du mich doch. So happy she looked. Though she enjoyed the stories and I, the Mora, I knew she didn't need to buy that much. Anyway, since then I've come to realize two things. One, that stories should just be a means instead of an end. And two, that there's more to business than just selling goods. It's okay. We're all friends now. There's no need to dig up the past. Hmm. That reminds me. Some of the goods from my latest shipment aren't in the best condition. They're fine for general use, but my customers have high standards. And I don't have the time or resources to find new buyers right now. Nilu, why don't you take them? Huh? No, 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 no. I can't do that. Just think of it as a favor for me, alright? The theater can use them for props and whatnot. It costs me Mora to store or ship, so I'm just losing money every day continuing to hold on to them. Even so, let me buy them at market value. Nah, these goods are hard movers. Besides, if I let you pay, wouldn't it mean that I'm just using stories to sell my goods again? Just take them. If you really feel that bad about it, give me some theater tickets later. Oh, yeah, you should also take some while you're at it. Adventurers are always in need of materials, right? Wow, even we get a share of this? Hurry and take it. Just looking at it all is giving me a headache. Thanks for the huge favor. I'm not sure. I'm still one more story. Are you okay to that much stuff? Simon? They have a complete description. He must be tired. They are... Are you alright? You are so happy to take the blame? There are no proof of discovery, no one is the only one. Let me, you are so happy to go to the box. Please, I was only looking for them to get a better idea of what you're showing up to them. Ich hasse das mit dem Bots immer mittlerweile auf Twitch. Nicht du. Hab ich was gesagt? Nein. Also. Aber du fühlst dich immer gern angesprochen. Ja. Nervenschäge, Mädchen. Nervenschäge. Das hat er eigentlich gerade gesagt, weil der Traveler hat einen Dickschädel. Perfekt. Sie sind so schön. Ist es der, der Paimon mitbebeben? Deine Ahnung haben wir bereits alle Kinder-Size-Size-Size-Size-Size-Size-Size-Size. Ich habe nicht erwartet, dass ich das Theater so faszinierende Gast hat. Faszinierend? Huh. Das so klingt anders, aber Paimon wird es schlafen. Oh, ihr habt sicher viele Sachen da drin. Lass mich dir helfen, Carissa. Ich bin ein Portor von Tränen, also das ist das, was ich versuchte. Das wäre großartig. Bitte und danke. Aber wir haben jetzt einen Pro. Danke für die Hilfe, Mr. Farhad. Aber lass mich erst einmal klar machen. Aber erst, nicht zu fragen, was in der neuen Show ist. Insofern kann ich nicht wiederholfen, Mr. Zubair, diese Zeit. Du bist so obvious, dass sogar Neeloo gerade durchführt hat. Shut es. Okay, es ist nicht so, dass ich auf seine schlechte Seite zu kommen. Insofern von Huxiang, alle brauchen wir eine Boxe, wenn wir alles in einer Runde gehen. Auch meine Kraft hat ihre Grenzen. Paimon sieht aus, dass sie nicht wollen, also ich ein bisschen mehr. Obwohl es nicht so stark ist, am Anfang zu sehen, habe ich eigentlich viel Kraft trainiert. Kraft und Balance sind beide sehr wichtig für eine Antwort. Nein, nein, lass Paimon! Paimon will helfen, die Dinge zu helfen. Traveller ist richtig, Paimon sollte nicht freeload. Die geht einfach in meine Kanne rein. Paimon kann nicht mehr fliegen. Bist du okay, Paimon? Paimon ist gut, dass du weitergehen kannst. Und das Schuh war viel Spaß. Paimon geht gleich kaputt. Schleift nur noch auf den Boden. Dankeschön, Herr Farhad. Dankeschön, Herr Farhad. Dankeschön, Herr Farhad. Dankeschön, Herr Farhad. Puh. Paimon wird definitiv alles zurückkehren. Okay, ich werde euch alle machen. Dann gehen wir rein. Das schau mal an! Das ist ja auch ein paar Möglichkeiten. Ich werde euch alle machen. Das ist derjenige. Ich würde euch alle machen. Ich werde euch alle machen. Es ist einfach so, dass alle Menschen ein Geschäft haben. Und wenn man so viele Freude überlegt hat, dann musst du dich sicher nicht arbeiten. Das war's. Was? Nicht nicht machen Ich erwarte irgendwie, weiß ich nicht, dass gleich die Akademie kommt Hey, talk about judging a book by its cover You on the other hand Hmm You're a special one How would you describe The concept of art Mere curiosity Is all it makes No difference whether so That's what you think hmm Unremarkable Better than an average person's thoughts but nothing exceptional Is art a product that we create and bring forth Or is it a naturally existing resource? I for one believe it to be the latter Uh, timeline doesn't follow I've been staying here for a long time On occasion I'd assist them in penning lines of dialogue But most of my time I just stand back and watch I prefer to abstain from writing as it spoils the viewing experience The existence of the theater Of Nilu And of humanity itself All of these can be considered as forms of art It is not some intangible construct beyond the horizon How does that have anything to do with us? Let me ask you this What do you think is the meaning of art? I suppose that question was a little too difficult for you To chance upon a spark of inspiration I have been closely observing you The players on the stage And those watching in the audience Art Is already all around us Egal was er nimmt Ich wills nicht Hm Hello What? Who are you? You can't just go on the stage as you please Ah, I see Sorry Sorry for my overreaction I'm just, uh Making a prop No time for chit chat Is that embroidery? No Well Yes But not really It's a prop It's just, uh Some fabric An ordinary piece of fabric that we use in a show Sorry I really do need to focus and start working on it What an oddball Is prop making something to be that jumpy about? No Oh well, it's none of our business Mm-mm Nein Huh? 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 Are you two also here for the celebration event? You got it! My name is Raycar Nadia and I are this theater's prop engineers I also help out with some other tasks like housekeeping The little ones causing a ruckus are my children, Sorin and Abi I hope they aren't bothering you They always get really excited every time we hold a celebration event Yeah Yes, they are Everyone here takes great care of them There's good work here, the pay is always on time and Nilou and the others will often volunteer to play with the kids I'm quite content with this current way of life Um, do you mean your life wasn't nearly as good before? It's alright, it's all water under the bridge now My husband and I were both adventurers, but he passed away from an accident Material struggles can always be overcome, but ever since then I haven't been able to spend much of my energy on anything else But I still consider myself lucky Mr. Zubair has helped me a lot and the atmosphere here is tolerant and kind Sorry for bringing up such sad memories Oh, it's alright, I don't mind Once the event starts, you'll be able to see for yourself the kind of atmosphere I was talking about Look, Nilou is back! Let's meet up with her, the event is probably about to start Right We just put on the stage right now, while Nilou is doing their dance And finally done I'll call everyone over and then we can start Where are you? Thank you Maybe we should have prepared a gift Then we can also be a part of the exchange Because it is, and we can do it with a much What? Maybe we should do this after all We didn't have a job We didn't have a job We didn't even like it We didn't even like it We didn't even like it Oh, don't think like that Remember our promise? We're going to give him a song We didn't have a celebration event before So this will be a great opportunity Everyone will love I'm still not really sure about this There's nothing to be worried about Just take a step forward and give yourself a chance I'll make a new story There aren't any scary people here, right? Right? Right Alright Maybe this will help Everyone! Over here! Inai, I am- Wait, wait! I've already said that I'm not ready yet Oh, what should I say? Take it easy and relax Deep breath In and out Once you've taken a long exhale Calmly tell everyone what you want to say If you don't say anything Then all the hard work we've put into embroidery practice Would have gone to waste Using it as a gift though? It really isn't that good So when Inaiya was talking about making a prop She was actually preparing a present Yeah, it feels like she still doesn't really see herself as part of this community But it looks like Milu's trying to ease her through Actually, Inaiya had prepared a special present for everyone before the celebration kicked off Woohoo! We're gonna get our first present for Miss Inaiya! Pipe down! The louder you all are, the more nervous she'll become You've worked on it for so long, so have some confidence Don't be afraid You've got this! Uh... Is Mr. Zoubert here? Is Mr. Zoubert here? Sheikh Zoubert This is an urgent notice from the Academia This celebration, or whatever it is, must stop at once What a condescending guy! What's his deal? Since Zoubert Theatre has long violated the Academia's policies and orders, we have decided to demolish it As its manager, you must halt all operations and dismiss all staff members within 30 days After which, you will report to the Academia for further punishment W-why? Why force us to do this all of a sudden? Little girl, this is not the first time you've been issued a warning I didn't hear anything about demolition the last time I asked And now I suddenly only have 30 days? We have more shows planned, but it's impossible to do anything in just 30 days How am I supposed to explain this to my customers and staff? That issue is of no concern to me, Mr. Zoubert You seem to understand the situation quite clearly Perhaps you can reflect on the reasons why you have failed to prepare for the scenario in advance Demolition? Why do they want to demolish this place? The Academia has never liked us, and they've never respected our work To them, what we do is all a waste of time This isn't the first time they've come by They had asked us several times in the past to improve the quality of our performances By only putting on shows they consider to be sufficiently intellectual But our audience isn't the Academia It's the people of the Grand Bazaar If our shows are too difficult to understand Or too removed from everyday life Nobody would watch them anymore Changing our content would not only mean turning our backs on our vision It would also directly lead to the loss of our livelihoods I have a better idea We just take a look at Zhongli He makes his queue and we just take a look at the academy Yes The idea is very important to each and every one of us Hmm, the way they do things is so dumb Then we only need Zhongli as a sign I do not wish to explain everything you have to do The time is of the essence So you should be able to do things And you should be able to do things And you should be able to do things But none of us can do things with this Such an abrupt notice is contrary to the policy He has a Zhongli I don't have him And it will remain the same We have already given you sufficient notice Enough Does your audacity know no limits, father? Huh? Father? There are what's Academia? This is all because you don't like Zubair Theatre You're just using the Academia's name to threaten us Let me tell you Even if you manage to tear down this place Nothing is going to change You've always been awful But even I never thought my father would sink this low This is strictly business It has nothing to do with where you are, what you do Or what you think I hope you all have not been irrevocably blinded by folly I will not waste more time on pointless arguments Wrap everything up And make preparations to shut down at once Ich mag den nicht Why is he always like that? This is quite the misfortune, but there's nothing we can do Do, the Academy abreisen Let's clean up Komm, wir gehen rauf I'll go talk to them again tomorrow The storms that come out of the blue are always the hardest to deal with Wir reißen einfach die Akademie ab Schon ist doch alles das Ding Ich mag die von Anfang an nicht Die kommen mir so vor Die Akademie Wie Die In, äh, Inasuma Die Gesetzgebung und das ganze Zeug Anfangs Oder halt in der Story erzählt Ha Du binnest Ja So Müsste ich nicht langsam was mit Forrester kriegen beim Stand Verlaub Wie ein Forrester? Was? Ja. Was für ein Forrester? Forster! Ach, Forster! Soll ich... Soll ich... Du kannst doch einfach reden, sodass man es versteht und dich die Hälfte der Wörter verschlucken. Was soll ich tun? Bum, 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 bum. Nuschel nicht so. Ich nuschel nicht. Wenn wir zu Inayas Vater prüfen, dass die Akademie Position nicht Wasser hält, dann haben sie keinen Grund, um das Theater zu demolieren. Ich verstehe. Den Sie ihn in einer Debatte. Es eine gute Idee, aber... welcher von uns könnte man gewinnen gegen einen Forscher? Huh? Ich? Nein, 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 nein. Ich bin die Literalste in den Argumenten. Ich kann nicht die Debatte. Neeloo, du bist nur so stressiert gerade jetzt weil du so viel interessiert hast, Schnorrrr Das ist es, Nilou! Wir sind für dich! Okay, wir gehen zurück und erzählen allen, was wir mitbekommen haben. Ähm, wir sollen zurückgehen. Okay, wohin zurück? Ah, ich muss einfach irgendeinen quatschen. Versuch, die Akademie in einem Gespräch, ist das Unmögliche. Wenn du wirklich versuchen willst, werde ich dich nicht stoppen. Es ist nicht wie unsere Situation. Es wird nichts wehre. Ich glaube, es ist nicht komplett hoffentlich. Für Sharif, wird Nilou als naiv sein. Aber dieser Art von Frankheit ist genau das, was sie am meisten brauchen. Dinge können anders aussehen, als was du erwartet. Ich bin in favor of such a romantik Feet. Kein Spielerin wird ein kompellendes Unschuld. Sicher, in Fiction, aber ich bin nicht sicher, wie gut das in die Realität wird. Ich sage nicht, dass ich dich nicht unterstütze, Nilou. Wenn du meine Hilfe brauchst, sag einfach das Wort. Alles ist besser, als nur zu stehen und zu sehen, dass das Theater verabschiedet wird. Ich versuchze auch. Lass uns die Akademie zeigen, dass wir uns ein Kampf haben. Danke, alle. Ich fühle mich viel weniger nervös mit deinem Unterstützung. Eifersüchtige Katze im Schoß. Ja. 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 Guck mal! Die, 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 die interaktive Lab von Tower Fantasy, sieht genauso, juov, ist genauso aufgebaut, wie die von Genshin. Hm. Oh mein Gott, das ist geil. Das ist irgendwie schön. Wie, das ist so weit, ich würde mich verarschen? Das ist unsere Wahl an diesem Moment. Ich verstehe, was du zu sagen. Ich habe auch meine eigenen Gefühle intensiven Gefühle und Regret. Dann könnte ich dich fragen, dass dein Vater über unsere Planung für eine Debatte? Du kannst trotzdem in Kontakt mit deiner Familie, nicht wahr? Ja, ich kann. Dann bitte, um uns zu helfen. Ich habe noch nie in eine Debatte teilgenommen. Und, ehrlich gesagt, ich bin immer noch nicht wirklich überzeugt in mir. Aber, seitdem wir eine Debatte entschieden haben, ich mache mein Bestes, um es zu vorbereiten. Ich habe alle Gedanken gemacht, und ich werde sie alle wissen, während der Debatte. Ich, bei mir, definitiv nicht genug Wissen, um dein Vater zu retten. Aber was ist das ganze Theater kombiniert? Dann sollten wir eine Chance haben, richtig? Genau. Das ist richtig, Frau Nilou. Fühle den Schmerz! Die Justiz wird erfolgen! Mach mir Schmerz! Ihr auch. Wir bekommen uns nicht in die Gefühle. Aber danke für deine Unterstützung. Ich mache meine Bestes. Also. Ich bin vorbereitet. Ich habe welche da. Sie sind da hinten, Nilou. Sammle Ideen. Okay, wir sammeln Ideen. Ja. 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 Ich habe mit dem, ich habe mit dem, das Theater funktioniert, für Jahre, und ich habe alle Procedure, und habe alle Procedure, und habe alle Procedure. Ich habe alles gemacht, um uns zu retten, um uns zu retten, wenn etwas wie das passiert. Es war zu passieren. Ich habe nicht erwartet, sie zu retten, um die Regeln zu retten. Ja, ich weiß. Aber jeder, der bleibt im Theater, ist einer von uns. Wenn ich nicht die Mitglieder des Theatern, aus der Druck zu retten, dann habe ich mich verletzt, wie ein Regeln zu retten. dann habe ich in meine Aufgabe, wie ein Regeln zu retten. In Summary, Sie brauchen genug confidence, und die Regeln zu retten, die Regeln zu retten. für heute, sie haben nicht die Behörden, um das Theater zu retten. Wenn Sie auf diesen Punkt und sie zu retten, dann werden Sie einen Vorteil bekommen. Okay. Ich habe schon gesehen, viele Situationen wie diese, die Akademie sicherlich liebt, seine Nose in jederzeit. Während Sie die Debatte, ich werde auch die Theater für die Potenziale. Es ist besser, um die schlechte Outcome zu retten. Ja, alles gut. Als Sie zu retten, mach mir ein favorit und erzähle unseren Kunden, dass wir alle unsere Spiele kanceln. Wollen wir wirklich? Jetzt ist niemand im richtigen Moment, um zu präsentieren. Ich muss unsere Staffe und unsere Kunden beantworten. Das ist der einzige Weg. Nilu, du bist unglaublich. Du hast die Zeit, aus allen uns zu verlieren. Ich habe nie gedacht, um Ihr Theater zu verlassen, Herr Zubair. Ich liebe dieses Ort und möchte hier weiter tanzen. Ich möchte auch weiter tanzen mit allen anderen. Du wirst mehr und mehr wie sie. Mach dein Bestes. Wir machen alles, was wir können und verlassen den Rest zum Feind. Was? 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 Mein Lehrer. Sie war eine excellente Tänzer. Vielleicht. Ich werde meine Freunde und die Kunden kommen. Wenn etwas falsch geht, ich werde sie schreien und schreien. Ich kann das nicht. Ich erwarte nicht, dass Sie alle die Akademie zu retten. Das erinnerte mich an meine jüngeren Jahre. Mecha. Ich habe immer mich in die gefährlich. Ich kann das nicht mehr aber das waren die besten Zeit meiner Leben. Sorry. Wenn das Theater wirklich wird demoliert, dann Sie, Zorin und Abbie werden alle... Es ist okay. Es gibt keine 필요e zu denken. Selbst wenn das Gebäude wird, die Leute werden immer hier. haben sie und die Resilienz von einem Adventurer. Wir können immer herausfinden. Aber Sie haben Regretungen wenn Dinge kommen zu einem knappen Ende? Es wäre so, dass du das was Ich habe viel mit Regretungen. Es ist schwer. Es ist Aber wie sie sagen, Zeit heals alle wounds. Sie sind glücklich. Und Serene hat auch hat den Theater gemacht. Er kann anfangen. Er war glücklich, weil er kann auf der die gleich wie Sie. Ich kann es glauben, dass meine Leben mit meinem Mann zu Ende endete. Oder ich kann es glauben, dass es eine Geschenk für Serene und Abhi war. Insofern, sogar wenn dieses Theater erscheint. Ein neues Beginn könnte nur auf der Körner sein. Good und bad sind alle menschliche Konzepte. Alles зависит auf, wie wir Dinge sehen. Du hast einen Punkt. Nilu. Das klingt so als aufgegeben schon. Aber du musst nicht so nervös sein. Wir sind alle hier mit dir. Das Theater geht nicht so schnell. Danke, Frau Rekar. Keine Mülle, mich zu bedanken. Wenn alles, hast du mich mit deiner Wichtigkeit inspiriert. Du könntest, was es braucht, um eine excellente Sprecher zu werden. Du bist zu nett. Okay, ich muss aufhören. Ich kann nicht alle Worte von Erinnerung. Ich fühle mich viel besser. Gut. Meine Kinder und ich werden dich anzupacken. Ich werde 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 dich anzupacken. Aber ich weiß nicht, ob du eine neue Antwort auf meine vorherige Frage hast. Jetzt scheint es ein notwendiges Zeitpunkt, um sie zu retten. Ich werde dich anzupacken. Die Quatschen mir gefühlt schon wieder viel zu viel, weißt du. Ja, sorry. Das wieder? Ich werde dich anzupacken. Ich werde dich anzupacken. Ich werde dich anzupacken. You answered him so seriously. Careful, Nilou, this guy's ramblings never make any sense. No, no. Nilou's answer far surpasses yours. And it is close to my own. The meaning of art comes not from its creators, but from its audience. In other words, only art that can be appreciated by others will impart its essence and value across the audience of its audience. This is something that the academia can never understand. Genshin 2.0. But I've already said that. I once pursued the mastery of art, much like how a researcher would chase wisdom and knowledge. However, the more of a connoisseur I became, the less I felt I understood. I began to question what it truly meant for art to be understood at all. I found that I could comprehend even the most complex and sophisticated of works. And yet somehow, that provided me with little solace. I remained even perplexed about this conundrum until I visited this theater and watched one of Nilou's performances. It was that life-changing? Everyone here had a joyous part in the overall experience. The actors upon the stage basked in the love of their audience while those in the house in the museum have seen the for a long time. I didn't think of that as much. But what it was unreguliert me was how, despite the performance of middling quality, they captivated their whole audience. They captivated even me. I realized then that I had walked the wrong road the mastery of art was never what I truly wanted I left the so called frontiers of artistic research and came to this theater for this is where I can finally find there is just one thing I have no idea what it is every sex experience has their own yeah that I know for a long time I don't want to follow the academia's orders to change our shows for a similar reason Ich verwirrte selber langsam. Wollte ich mein Aussehen nochmal ändern? Bitte? Wollte ich mein Aussehen nochmal ändern? Ist das möglich? Keine Ahnung. Ach, egal. Ähm, zicke. Lauf ich mit Eko rum. Dass du immer so zickeig bist, wenn niemand da ist. Du bist hier. Ist das teatr tatsächlich closing? Er hat Angst, dass wir ein paar Zeit verraten haben. Er würde nicht aufhören, die ganze Zeit zurück zu sprechen. Hey, ihr auch. Was ist genau passiert? Ja, er hat uns gesagt, dass wir den Theater in 30 Tagen haben müssen. Und dass er wird verraten. Was ist das? Das kam mit einer Warnung. Sie sind mit uns wiederum. Nicht sagen, dass du ihn hörst. Komm schon, du kennst das Antwort. Ja, es ist eine direkte Ordnung von der Akademie. Es gibt keine Probleme, doch. Ich bin vorbereitet für eine öffentliche Debatte mit der Akademie. Wenn ich gewinnen, werden wir können, um die Dinge zu verraten und verändern. Wirklich? Das ist großartig. Du hast meine vollen Unterstützung. Keine Angst. Ich auch. Also, was war ihre Entschuldigung? Sie sind noch nicht ein Fan von den Theatern? Ja, etwas so. Das war's. 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 Show them, who has the people's support. I feel like the pieces are starting to fall into place. Let's head back to the theater in our... Abi? Have you seen Miss Inaya? No, Miss Nilo. Miss Inaya, is it back yet? Ja. Ja, kannst du. Was? Du kannst dein Aussehen ändern. Ah. Sogar recht einfach. Was? Hm. Ne, is that right. Katzenohren. Hm? Du kannst Katzenohren haben. Wirklich Katzenohren. Nice. Perfekt für dich. Ja, aber muss freischalten. Also, Sally geht auf die Katzenohrenjagd. Ich glaube, das habe ich heute schon mal gesagt. Ich weiß nicht, was du meinst. Mieser Monster, mich jetzt an? Oh. Ich könnte gerade voll ein Nickerchen machen. Dann leg dich hin. Nein. Bevor ich sie zum Zubair-Theater bringe, war sie auf einem öffentlichen Campsite. Sie bekam einen Fieber, von der unklingene Wasser trinken, also habe ich sie zurückgebracht. Wenn sie nichts mehr zu gehen hat, nachdem sie das Theater verlassen hat, dann könnte sie wieder zurück und wieder auf ihren Weg gehen. Dann gehen wir mal schauen. Ja. Los geht's. Also wir gehen jetzt in den Wald, weil sie sich da abgehauen ist. Oh, guck mal. Aussichtspunkt. Direkt neben dem Teleporter. Nehmen wir doch Instant mit. Es gibt Signale, dass jemand hier sehr kurz gewesen ist. Aber wir können nicht feststellen, ob es Inaya war oder nicht. Lass uns mal schauen. Aber warum hast du dein Ohr angelegt? Aber nur eins. Leg beide an. Schaut komisch aus. Sonst so asynchron. Ich hörte es auch. Lass uns investigieren. Das passt besser. Genau. Es klingt, wie wir näher kommen. Die Sprache kommt von dort. Guck mal, wie sie können Nilo ausprobieren. Bleib zurück! Es ist Inaya! Sie hat richtig Speed drauf beim Kämpfen! Nein! Es kostet was. Was zu ändern. Ich will die Jahre ändern. Mehr will ich nicht. An Lebenspunkte skalieren. Ja gut. Sie ist mit Wasser. Hofritual. Okay. Kann man die einzelnen Refakte anschauen? Natürlich nicht. Achso. Ich wollte gucken, mit was sie skaliert. Hydro Schaden mit Lebenspunkten. Okay. Sie skaliert komplett mit Lebenspunkten. Das ist ja easy. Ja gut. Sie hat auch fast 50k. Hätte ich mir auch... so denken können. Warum hat sie was... Warum drehen sich Dinge um sie herum? Ja, irgendwas hat sich um sie herum gedreht. Wir tun. Ja wie immer. Warum hat sie sich selbst verlassen? Du glaubst wirklich nicht, wir haben eine Chance für die Debatte gewinnen? Nein. Ich dachte, es würde zu viel efforten. Alles hat sich gemacht wegen mir. Wenn ich weg bin, dann wird die Situation sich verletzt. Ja, alle sind zusammenarbeitet, um ein glücklicher Ende zu sein. Niemand sollte sich für Blame aussehen. Es ist okay, wenn es mir ist. So lange das Theater nicht verletzt werden. Ihr seid die kindeste Leute, die ich noch mitgebracht habe. Ihr dürft ihr nicht so viel suffer, wegen mir. Hör auf mich, Inaya. Selbst wenn du die Grund, dass alles passiert, niemand würde dich schüttern. Herr Zuber hat gesagt, dass du ein von uns bist. Das bedeutet, dass wir dich verletzt werden. No matter was passiert, wir stehen als eine. Nilu. Es wird immer eine Begründung sein. Es ist mir, oder das Theater. Du kannst nicht gewinnen eine Debatte gegen die Akademie. Mein Vater ist ein extrem wichtiges Mann. Er hat mich immer immer gewünschtert, und seine Akademie successor. Ich versuche mein Bestes zu treffen, und habe alles, was ich konnte. Aber er war noch nicht glücklich. Oder eher... Er hat einfach nicht glücklich mit mir. Ich bin kein Genie. Aber wenn er mich beratet hat, es war immer so, wie er mich gefragt hat. Warum bist du ein Genie? Ja. Wie ich weiß. Also, das ist warum du weggebracht hast? Also, das ist das Schmutz. Ich dachte, dass mein Vater langsam mit der Realität geschaut wäre. Aber er... Er... ...einen würde mich nicht mehr stoppen beraten. Für eine Ausbildung, ich habe das dritte höhere Begründung. Ich dachte, dass... All my hard work had finally paid off. And that I could finally make Father feel some modicum of joy. I even used the embroidery skills I learned at school to make a commemorative gift for him. I thought, even this daughter can make her father happy sometimes. I see. When we were embroidering your gift before, I didn't feel like you were new at it. Yeah. Sorry for not bringing it up. I was tired of him yelling at me every day. But he was more angry than ever before once I'd given him my embroidery and told him my score. You think you should be proud of third place? Reflect on why you were at first. I forgot how long I'd cried for. I only remember my parents arguing. My mother also thought he went overboard. They argued for such a long time. My father eventually stormed out and slammed the door behind him. I didn't get a single sentence of apology. I've completely given up. Weird to go horrible. I don't think you can beat him in a debate. Because he doesn't even understand what kind of place a theater is. He can never understand the relationship performers have with their audience. He just wants everything to happen according to his wishes. As if the world revolves around him. What we cherish, our little place in this world, means nothing to him. It sounds like your past has had a huge impact on you. I understand now, Inaya. But when we were preparing for the debate, I heard something quite wise. Maybe it'll help you. Mr. Zubair has been meticulously managing the theater. Everything... Everyone is free to appreciate art. No form of art is inherently superior. Art must first be appreciated by others to confer value. The most important thing about an experience is how you choose to interpret it. The most important thing about... Ms. Rekar has gone through a lot in her life. But she told us that she's very happy to live at the theater now. Although she ran into misfortune, it led her down a new path in life. She sees that as a blessing. She told me that the most important thing about an experience is how you choose to interpret it. Interpret it? I can sympathize with your unhappiness at home. But after you ran away, you ended up at the theater and became one of us. Those unhappy experiences allowed you to really cherish your bonds with everyone. And also gave you the opportunity to become friends with us. Don't let your past suffering keep you from the new life that you've worked so hard to find. Oh. Let the past stay in the past. Oh. When I ran away from home, I swore that I would leave my family conflicts behind. But you're right. All I'm doing now is falling right back into it. Maybe you'll disappoint him, but that doesn't matter. You have a new future waiting for you. Don't let go of the answer you've worked so hard to find. That's right. If we put our heads together, there's bound to be a way. You're right. There's nothing to be afraid of. I'm not trying to meet his expectations. So why should I give up because of him? I can't afford to lose anything more. We have to win. The debate will not only protect Zubair Theater, but also allow me to settle things with father. I'm not trying to deal with it. I'm not trying to deal with it. Let's go. I know him very well. Even if he looks down on us. I know how to make him accept. Okay? Let's go. Okay. Well, I'm off to meet with him. Please wait here for me. Okay. Looking forward to your good news. That should be everything. The only thing left to do now is to wait until the debate. I'm not sure why, but I'm getting nervous again. You were great, Nilu. Your words won over Inaya. Talk like that during the debate, and you'll get an easy win. Thanks for that, Paimon. But I still feel like it'll be an uphill battle. I need to be calmer, cooler, and more collected. Yeah. I'm acting as everyone's representative, so I'll need to act brave. Even if I... Huh? What's left? Huh? What a strange question. Isn't a theater just... A theater? Why would it need to be anything else? Wait. You're not asking what the theater does, but what it is. Let me think. Um... How can I put this? Hmm... The most important thing about an experience is how you choose to ent- Hmm? Art must first be appreciated by others to confer value. Mr. Zubair has been meticulously managing the theater. Everything checks out. Everyone is free to appreciate art. No form of art is inherently superior. Inaya really wants to win. She doesn't want to lose anything else because of- Ah! Got it! When we were trying to find a way to save the theater, we heard many stories not of the theater, but of the people whose lives have been touched by it. Zubair theater is our reason for coming together. It connects us all in unique ways. In other words, it's like a bond. A bond? The theater provides money for Ms. Rekar and her children, inspiration for Mr. Kasani, and enjoyment for the people of the Great Bazaar. It also gives Inaya shelter from her family. It has brought us together after taking care of every single one of us. And its story won't end here. In the future, many more people will come to the theater and receive its blessing. And we'll all be there for them. Our- Aside from the delivery of performances, isn't this another reason for Zubair theater's continued existence? Yeah, that makes sense. We definitely felt that warmth during the preparations for the event. But, Paimon doesn't see how this will help in the debate. Oh, gotcha! No matter how strong an opponent is, they'll have to go on the defensive and pressed on a weak point. I feel like that's another prong in our attack. Thank you so much! Paimon also feels a lot more relieved. Let's show him what we got! Sorry for the wait. I'm back. Things went a lot more smoothly than I expected. It didn't take long for him to accept the debate. Why are you all smiling so much? We realized that you're dead might not be as scary as we had thought. We just finished our prep. Rest easy. It will all turn out well. We have to win. No. We will win, Inaya. Fingers crossed. In two days, 15-18 Uhr, it was so clear. Tag 1, Tag 2, 15-18 Uhr. Ah, dieses Warten immer. Mecker nicht und hau ab. So, ich würde sagen, wir sind wir dann langsam aber sicher mal die Story durch. Ich denke, die Debatte ist das Ende. Ich denke, wir haben noch ein bisschen gequatscht werden. Bestimmt wie happy und was weiß ich. Tatsächlich. In der Blut des Augen, es ist bereits debattiert. Äh, würde ich mal behaupten, es wird bestimmt unten debattiert. Wir haben viele Präparationen mit Nilou. Hoffentlich waren sie sehr hilfreich. Im Theater. 100%ig. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Wäre Waffen. Ist doch genau alles. Ja. Gerade, ähm... Gerade kann ich Woden, Schwert und Stangenwaffe nutzen. Ist doch geil. Ja. 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 und glauben, dass die Akademie gegen Sie ist. Aber die Wahrheit ist, dass die Akademie wünscht für alle residenten von Sumeru sich geholfen, um sich zu erhöhen und zu kultivieren, ihre Wissen. Deshalb, die Arbeit die Sie konsumieren, sollte auch die Qualität und Intellektuellen Qualität haben. Wir haben nicht zu identifizieren diese Qualität in den Shows, in den Zubair Theater gespielt. In anderen Worten, stattdessen zu kämpfen gegen die Akademie in konflikten Konflikten. Wenn Sie sich Ihre Zeit über die Qualität von Ihren Shows verbessern, und zu erleichtern Ihre Aufmerksamkeit, Zubair Theater würde heute nicht beendet werden, so eine tragische Fache. Aggressiv aus dem Gecko? Er ist wirklich auf die Druck. Kann Nilouw stand her ground? Calm down, Nilouw. Erstens, vorsichtig analysieren, was er gesagt hat. Er sagte, dass wir uns nicht wegen der Akademie auf die Kunst, aber eher, weil unsere Shows nicht zu ihren Standarden sind. Herr Zubair hat das Theater verständlich gestorben. Alles schaut aus. Kunst muss erstens von anderen wertvoll sein, um Wert zu konferen. Das ist geil, das ist gut, denke ich. Das hier, denke ich. Okay. Okay. Alles ist frei für die Kunst. Keine Art ist eine Art. In Ihren Augen, unsere Shows können nicht die Akademie erwähnen. Kann es nicht die Publikum entscheiden, ob ein Show ist intellektuelles oder enlightening? Warum ist jemand von der Akademie das? Also, ich glaube, dass es nicht so etwas als eine wiser oder mehr enlighteninge. Art ist nicht discriminiert, und es geht zu allen. Jeder hat das Recht für die Art. Appreciation ist aber eine primitive Form von Satisfaktion. Guidanz und Enlightenment sind notwendig, wenn wir einig, um in einem Einfragen zu einer Artikeln und Stanz Lange Unartig Einig, das Einig, um Einig, Einig, die Bevorherrschung wird Zeit Artistic Understanding Nurturing the Populus' understanding requires a long and arduous process and guiding this process is the Academia's true goal. He changed the topic without patting an eye. Good thing I'm prepared. If I remember correctly... Everyone is free to appreciate art. No. No, 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 no. Inaya really wants... No, 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 no. No, no, no. So, I have enough things to change my hair. No, 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 no. Mr. Zoubert has been meticulously... No, 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 no. So. Art must first... Meet. Someone at our theater has tried that before. He was a famed artist, but he recognized that very few people could connect with his works. I agree that art should be enlightening, but we can't pursue that goal by creating complicated works. If a work can't tap into an audience's personal experiences or feelings, then its contents may as well be... a castle in the sky. Why? What's the point of performing a show that its audience can't even follow? That would only be forcing people to watch something they don't like. You can only reach that conclusion from a place of ignorance. In that case, before passing judgment, you should first become a better dancer than me. You tell them, Nilu. Looks like he's backed himself into a corner. As the party holding the burden of proof, Sharif has failed to provide sufficient support for his judgment of the quality of Zoubert Theater's programs. Likewise, the definition that Nilu put forth is but her personal opinion. Neither party is the victor for this particular point of contention. Additionally, I must request that both parties exercise greater control on their emotions. Keep it up, Nilu! You're doing great! In that case, I shall speak of more concrete matters. The essence of this issue is that you have violated the law, so you must now pay the price for your transgression. This course of action is also completely procedurally sound. We have already contacted Zoubert Theater multiple times regarding the theater's repertoire. However, you have consciously ignored our warnings. Or perhaps your compliance was purely superficial. Regardless, that failure has indirectly led to the present day's proceedings. That is indeed so, according to the laws decreed by the academia. He started talking about procedural stuff. The most important thing about inexperi- Art must first be appreciated by- I need to rethink things. Mr. Zoubert has been meticulously managing the theater. Mr. Zoubert has already provided signed copies of all documentation related to our operations. And although the theater's performances don't align with the academia's requests, the law doesn't say that Zoubert Theater can be demolished only because of that reason. Demolition notices need to be provided in writing and made available to the public. Otherwise, the theater can continue to operate as long as its license is valid. Failing to follow these rules makes your stance procedurally unsound. Yeah! Yeah! That's right! There are different ways to apply the rules. There is precedent for this. So long as this matter is discussed within the academia, this course of action will come to pass. Looking at the past 27 cases of similar nature, 90% of them support Sharif's claim and position. However, the demolition process in those cases was only started after discussion at the academia. That's more than enough. We've proven that the order is unreasonable as it currently stands. Cease your futile resistance. Nilu's definitely won this point, right? You're right. Stay focused, Nilu! Even if permission for demolition has yet to be obtained, it is a fact that your performances violated the academia's policies on numerous occasions. Based on that fact, we can permanently revoke your right to perform in Sumeru. Under the current system, it is indeed possible to immediately revoke Zoubert Theater's performing rights. That's a thing? Rather than protecting Zoubert Theater, I surmise that your true intention is to maintain your hold over your audience. Without them, Zoubert Theater is nothing more than an empty building. And without its performances, the theater has nothing else of value. What you said isn't true at all! Keep it cool, Nilu! Right. I need to keep calm just a little more. Zoubert? Art must first be a... The most important thing about an... Mr. Zoubert has been meticulously... Everyone is free to appreciate art. No form of... Inaya really wants to win. The theater carries everyone's feel. Zoubert Theater isn't simply a performance venue to us. It means more than that. It's been our home for a long time. Ms. Rekar can't go on adventures anymore. But she has found a stable career and a new life at the theater. Her son, Sorin, has already passed his theater exam. And he'll soon be our newest member. Mr. Kasani found a new way to look at art. He decided to stay at the theater to watch us grow. Mr. Farhad and Mr. Hushong visit even when there isn't a show going on. And they always tell us lots of entertaining stories. Even Inaya wants to stay with us. And she's starting to look forward to a new future. Zoubert Theater exists for them. For every single one of us. Perhaps Zoubert Theater has provided you with a multitude of positive emotions and experiences. However, you have misconstrued something, young man. The interpersonal relationships you speak of were established upon normal theater operations. Sheikh Zoubert operates the theater for his livelihood. His employees work for their wages. And the audience comes to enjoy performances. Relationships are merely a byproduct in this exchange of interests. They may be pleasant and captivating, but they can only ever be secondary. When scholars collaborate to solve difficult problems, we freely share our knowledge and resources with one another as if we were all kin. However, this collaboration ends after the results of our work are published. The reason is simple. We are scholars. And there are new projects that await our attention. He really doesn't think much of relationships. Paimon also thinks he did a lot of prep. Sharif's argument is currently the more persuasive of the two for this point of contention. The continuance of the interpersonal relationships Nilou spoke of remains hypothetical before the theater's demolition. Whereas the situation that Sharif described has been well documented at the Academia. The Academia has made significant academic contributions in no small part due to its researchers' efficiency and ability to compartmentalize. Oh no, what should we do? Things are going in the opposite direction! A set-up? So Nilou's got- Good. He said what he said. The next- But is this really the best thing to do? It might be- Inaya really wants to win. She already agreed to this. She wants to win. Mr. Sharif believes that interpersonal relationships are a byproduct of working towards a goal. Once that goal is achieved or abandoned, those relationships would have no more reason to continue. Then, if someone has failed to live up to his expectations- If someone has failed to live up to your expectations and ran away from home- Then Inaya- Sorry Nilou. As expected, I should be the one to say it. If in your eyes, the purpose of my existence is to become your academic successor- By your logic, that means there is no more reason to sustain our relationship as father- And- Members of the audience who do not belong to either debate party, please- Let her speak. What she does not say, Nilou will. No matter how many disagreements we've had, the truth is that you are still my father. You're so immersed in your own world, you can't understand why we come together for the sake of relationships. Yeah, don't look down on us. You can watch a dance anywhere, but there's only one Zoo Bear Theater. I'm almost starting to feel sorry for this guy, what with the idiotic things he said. Order? Order! Members of the audience do not interrupt debate proceedings. I confess that this is the final argument we had prepared. Disown me, and you will win the debate. But before that, father, I- I've been doing some soul searching. Not about whether I should have run away from home, but whether there was any point to my personal rebellion against you. I kept trying to earn your approval, but I only disappointed you over and over. The truth is, I ran away from home as a means to vent my recurring frustrations. That is to say, I was exerting pressure on you, and hoping you'd give up on your lofty expectations. But by doing that, wasn't I just doing the same thing as you? I won't force my expectations upon you anymore. At Zoo Bear Theater, I have found the life I've always wanted. I will move on from my family troubles, and strive towards my new goal. But if you dare to harm this place, then I will stand with my friends here, and fight against you. This is not the time to space out, Sharif. The debate is still underway. You already consider them to be your friends. You should be asking us that question! Of course we are! Miss Inaya is a really good friend! It was a bit of a process, but we won her over. Make no mistake! All those who come to Zoo Bear Theater become one of us! We will always be with her! Hmph. Such puerile simplicity. However... It is surprisingly a relief. Wait, what are you... Uh... Never mind. Hahaha. Let's not believe. Lift? Does that mean we've won? We won? Nilu! You're amazing! I relaxed for a moment, and... I feel a little faint. It looks like he still has a place for her in his heart. Terrific work, Nilu and Inaya! They likely won't cause any more trouble for us. Didn't know you could get so fierce. I have a lot of newfound respect for you two. Uh, this really took a lot out of me, though. I don't ever want to do this again. Both Miss Nilu and Miss Inaya were so cool! Should we throw a second round of celebrations? Oh, it's you! Yes! I feel a lot better! The more I think back on everything, the more surreal it all feels. I don't think I could repeat what I did a second time. Yes! And it's all thanks to you! I see. You mean how fate brought me to the theater, right? Then I'll have to tell you about my teacher who Mr. Zubair had mentioned. Mr. Zubair opened his theater when I was still a child. There was a beautiful dancer, and from the moment I saw her, I couldn't look away. I thought to myself, the gods must have blessed her with such talent. But later on, she would actually smile down at me and say, Just the opposite, yeah. She said, dance is an art born from toil. It isn't a gift from the gods, but a creation by our own hands. It is a beautiful thing born from our life experiences. Whenever there is joy or something to be celebrated, people will dance. In other words, any place where people can effortlessly begin a dance will for sure be filled with the blessings of everyone's happiness. She wasn't looking for flowers and applause. All she wanted was to see her audience smile. Right! The same as what Mr. Kasani believes. I was completely moved by what she had said, so I started taking dance lessons from her. And later on, I began to dance here in her stead. Before she retired, she told me, For as long as you live, never forget what dance means to others. This is why Mr. Zubair and I never intended to listen to the academia. Even though it ended up causing everyone a whole lot of trouble, Thankfully, everything worked out in the end. Although, I do have a small regret. Yeah. Even though she has already decided to stop fighting with her father, they never managed to have a real conversation with each other. Before he left, Mr. Sharif looked like he had a lot in his mind. He probably has a lot of things he wants to say, but... Will now perhaps never get a chance to... Yeah. But I still hope that things can change. It never hurts to have hope. You and Paimon are more than welcome to keep attending our shows. Who knows? Next time? You might see Inaya on the stage. Are you so worried about Inaya? Let's be sure to come back. Why can't you just say, warte zum nächsten Abend? 20 bis 22 Uhr. Nein, es muss der übernächste Abend sein. Ich hasse dich auch, Genshin. Oh. Vor allem das mit dem übernächsten Tag und übernächsten Tag hat er erst wirklich in Sumoru angefangen. Zuvor war es halt wirklich immer nur bis zum nächsten Morgen oder so. Oder bis zum nächsten Abend. 20 bis 22 Uhr haben wir doch. Ach, ich muss nochmal einen Tag gehen. Ich hasse dich ganz schön. Ich hasse dich ganz schön. Da. Jetzt tanzt sie. Okay. Also wir sehen nun das Ende vom Tanz. Haben wir zu lange gewartet. Ach Mist. Hi everyone. Ich würde gerne dich an unseren neuen Mitgliedern introduce. Hallo everyone. Sie wird für uns jetzt tanzen. Also bitte, gib ihr ihr Unterstützung. Wuhu. Inaya hat ihren Platz auf dem Platz genommen. Oh. Wenn du zuhörst und denkst, hat Nilus' Effort, und alle Wissen, Inaya... Was meinst du damit? Hm. Jetzt mag ich nicht mehr. Wir geben uns jetzt über eine Stunde Story. Und Palm-Monkey-Quatsche und alles. Und Palm-Monkey-Quatsche und alles. Und Palm-Monkey-Quatsche und alles. Ich benutze diese Möglichkeit, zu sagen, dass meine Superioren auszulteren, 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 auszulteren. Es gibt keine Eltern, die nicht über ihre Kinder zu beschäftigen. Nichts. Du bist bereits hier, also kannst du... Nein, das ist nicht notwendig. Es gibt keine Eltern. Es gibt keine Eltern. Komm schon. Wer weiß, wenn du wieder eine Chance bekommst. Du sagst, dass du dich mit deinem Vergangen hast. Zeigst deinem Vater, wie viel du hast. Komm, wir schieben sind, Sam. Keine Angst. Jeder im Superioren hat dein Gesicht. Hm. Ah. Ah, sind die widerlich. Hey, let's go somewhere else. We should give them some space. You sure they'll be okay? I don't know. But, I think we should have faith in them. Wieso widerlich? Die schweigen sich an. Hm? Oder was meinst du? Bei mir? Achso. Au. I have something for you. I'm still learning. It's hardly a masterpiece. But, it's yours. If you'll take it. Huh? Um. You don't have to take it. It's fine. Uh. Never mind. Uh. Oh. Oh. Let's have a heart to heart. Father. Haha. Like father, like daughter. They're both so awkward with their feelings. Yeah. She probably would've snuck away as well if I didn't drag her back. Do you think they'll be able to reconcile? I'm not sure. A complete reconciliation may also not be the best thing for them right now. All those years of arguments and misunderstandings can't be settled overnight. It might be best if they continue to keep some distance for now. But no matter where their hearts and bodies may be, they will always be family. All I wish for them is to be able to one day tap into the warmth of that bond. Oh, by the way, everyone's really thankful to you for helping out with the debate. So we made you a little something. Hope you'll... Isn't this Zubair Theatre? Whoa, this is a... We've also never made anything this complicated before. Mr. Zubair and Mr. Kasani took charge of the design, while Inaya and I made all the little pieces with the help of others. Miss Reikha or Miss Nadia made and assembled the centerpiece. As adventurers, you two will doubtlessly travel to many more lands. And that's why we hope that your time at Zubair Theatre will become a fond memory of your journey. You two are welcome back at any time. Mhm, we'll come back and watch you dance whenever we get the chance. You're welcome. And there's no need to be so polite. You learned fast. Come on, take it. So... Und... Damit sind wir durch, würde ich sagen, mit der Story, hm? Yay! Hey, wir haben ein paar Primus gekriegt. Ach, Mist. Reicht leider nicht. Aber dann würde ich tatsächlich auch erstmal Schluss machen für... Heute... 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 Heute...